Penisse sind überall, ist der Hammer. Ich bekomme zum Beispiel regelmäßig unfreiwillig Penisfotos auf Instagram zugeschickt. Neulich hat sich einer richtig Mühe gegeben, wildfremder Typ, hat mich angeschrieben und meinte, hey, ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Und dann kam auch schon das Gedicht und es lautete, Rosen sind rot, Feilchen sind blau, ich finde dich hot. Hier ein Foto von meinem Penis. Derselbe Typ hat sich zwei Wochen später nochmal bei mir gemeldet und meinte, hey, ich habe jetzt übrigens eine Bahncard 100, ich kann also total flexibel Zug fahren, ich könnte jetzt jederzeit ganz spontan vorbeikommen und dich flachlegen. Und seitdem habe ich tatsächlich Angst vorm 49-Euro-Ticket.